Ich frag mich manchmal, dass wenn man jetzt, guck mal, wenn man im Auto sitzt, ja, da hört man ja Mucke. Und ich frag mich manchmal, was wäre das Schlechteste, was da an wäre, wenn man so stirbt und man liegt da so tot drin, okay, und dann kommt da so die Feuerwehr, macht so auf, macht so auf und will so gucken, ob es dir gut geht. Und was ist der Schlechteste Shit, der laufen kann in dem Moment? Au Revoir von Mark Forster. Bis zu ihr. Ja, Facts, Facts, Facts. Ich hab einen roten Bands durch Onlyfans. Digga, stell dir vor, stell dir vor, du stirbst, okay, liegst in deinem fucking Auto, es kommen so drei Feuerwehrwegen an, versuchen dich zu retten und das, was im Hintergrund läuft, ist so die Edeltalk-Folge, wo ich so erzähle, dass ich mir bei 220 kmh eingeschissen hab. Digga, imagine Unfall und Polizei hört dich reden, direkt wieder umdrehen. Yo, wahrscheinlich liegt da so eine Person verletzt drin, die hören den Edeltalk und drehen einfach um, oder? Ja, genau so wird's laufen, Digga. Genauso läuft's Ruben hier. Ah, der wird Edeltalk kommen. Männer, wir fahren zurück. Wahrscheinlich wär's genau so, oder? Ich hatte einen Unfall und währenddessen lief von den Migos Walk it, Talk it. Stark. Walk it, like I talk it. Walk it, like I talk it. Walk it, like I talk it. Das ist ein Hit. Walk it, like I talk it. Walk it, like I talk it.